Herzlich Willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute einen Kaffeefilter mitgenommen. Genau. Der steht für die Art und Weise, wie wir zuhören. Wir filtern ja in der Regel immer alles. Das führt tatsächlich dazu, dass wir häufig nicht auf das reagieren, was jemand gesagt hat, sondern auf das, was wir glauben, gehört zu haben. Dein Tipp hier? Ganz einfach. Tut mehr hinter Fragen. Fragt viel mehr nach. Und ihr werdet viel weniger Missverständnisse haben. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020